Hallo, schön, dass Sie sich reingeklickt haben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent. Ja, wir steuern ganz deutlich auf Weihnachten zu und deshalb werden wir heute uns auch mit einer weihnachtlichen Botschaft auseinandersetzen. Und zwar geht es um Weihnachten. Und wenn du über Weihnachten nachdenkst, dann hast du vielleicht Geschenke im Sinn. Du siehst den Tannenbaum. Aber Weihnachten war der Moment, wo Gott gesagt hat, ich erwähle dich. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. In Römer 6, Vers 16 finden wir ein ganz besonderes und wichtiges Lebensprinzip. Und gemeinsam wollen wir einmal hier diesen Vers lesen. Da heißt es, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus nimmt hier ein Anschauungsbeispiel aus seiner Zeit. Ja, also Sklaverei war damals noch vorhanden, auch ganz bewusst. Und damals war es so, dass Menschen sich auch freiwillig dazu entschieden, Sklaven zu werden. Einfach aus dem Grunde, weil sie wussten, ich weiß nicht, wie ich mich selbst ernähren kann, aber wenn ich Sklave werde, dann ist meine Versorgung gesichert. Und ich glaube, wenn der Apostel Paulus den Brief heute schreiben würde, dann würde er sicherlich ein anderes Beispiel, das zeitgemäß ist, wählen. Und sicherlich weißt du das, Menschen sind bereit, sich anstellen zu lassen. Warum? Um versorgt zu sein. Diese Anstellung führt natürlich dazu, dass du nicht dein eigener Chef bist, sondern du unterstellst dich deinem Chef und du setzt die Anweisungen deines Chefs um. Dazu erklärst du dich bereit, wenn du deinen Arbeitsvertrag unterschreibst. Und das ist doch eigentlich, was der Apostel Paulus hier in Römer 6, Vers 16 sagt. Er sagt, ich unterstelle mich einer Autorität mit logischen Konsequenzen für mein Leben. Und manchmal ist es so, dann schauen wir auf unser Leben und wir sind mit unserem Leben einfach nicht glücklich. Und vielleicht kennst du das auch. Ja, gerade jetzt, wo wir wieder auf Weihnachten zusteuern, wo wir Menschen überlegen, bin ich eigentlich glücklich mit meinem Leben? Die Wahrheit ist, und die tut manchmal weh, aber sie ist so befreiend. Ich habe mich für das Leben entschieden, dass ich lebe, weil ich es so gewählt habe und dasselbe gilt auch für dich. Du hast dir deinen Job ausgesucht. Und so häufig wollen wir allen anderen die Schuld für unser Leben geben, weil es so trist aussieht. Die Arbeit ist schuld, die Arbeitskollegen sind schuld, dein Chef ist schuld, vielleicht ist deine Familie schuld an deinem Leben. Und weil alle anderen natürlich die Schuld haben, nur nicht du, ja, hast du das Problem, dass du dein Leben auch nicht wirklich ändern kannst. Weil wenn die anderen schuld sind, dann haben sie ja auch die Macht, dein Leben zu beeinflussen. Und somit kommt dann diese Machtlosigkeit in unser Leben. Nun, ich möchte dir heute nochmal ganz deutlich sagen, ja, du hast das Leben gewählt, was du aktuell lebst. Und das bedeutet gleichzeitig, dass du auch die Macht hast, dein Leben zu ändern, es so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Nun, was sind deine ersten Gedanken, während du mir gerade zugehört hast? Waren es so Gedanken wie, recht hat er, na klar, pack mal's, verändern wir was? Oder sind es eher hoffnungslose Gedanken? Wenn er mein Leben kennen würde, wenn er wüsste, wie es mir wirklich geht, wie mein Leben aktuell aussieht? Äh, nee. Ja? Und du merkst, dass du gerade auf deine Glaubenssätze gestoßen bist. Ja? Glaubenssätze steuern dein Leben. Sie steuern dein Verhalten, die Art, wie du kommunizierst. Und wenn du negative Glaubenssätze in deinem Herzen verankert hast, dann leiten die dich genauso, wie es positive Glaubenssätze machen. Und die Macht, unser Leben zu ändern, beginnt in unseren Herzen. Ja? In unseren tief verankerten Glaubenssätzen. Nun, jetzt fragst du dich, lieber Matthias, was hat das denn mit Weihnachten zu tun? Na, für viele von uns ist Weihnachten einfach eine schöne Abwechslung. Raus aus dem stressigen Arbeitsalltag. Einfach mal träumen, in diese Winterwelt eintauchen. Und weißt du was? Auch Gott hätte das machen können, als er sich das Chaos dieser Welt ansah. Er hätte die Augen davor verschließen können. Stattdessen erleben wir aber einen machtvollen Gott, der sich entschieden hat, sich dieser Welt zuzuwenden und somit auch deiner. Und Gott trifft diese machtvolle Entscheidung, Mensch zu werden. Er wird geboren in einem Stall und für die Welt lange unentdeckt und scheinbar unbedeutend, aber von ewiger Tragweite. Und heute wissen wir, dass wir Weihnachten feiern, weil Jesus, der Retter dieser Welt, geboren wurde. Weihnachten war die bewusste Entscheidung Gottes. Ich wähle dich. Und so wie wir uns dazu entscheiden, unsere Häuser weihnachtlich zu schmücken und dabei auch Kerzen anzuzünden, können wir auch entscheiden, wofür unser Herz brennen soll. Und das ist, was Römer 6, Vers 16 eigentlich aussagt. Dieser Vers, dieses Lebensprinzip. Wir erwählen unser Leben und du hast die Macht dazu. Als ich vor über 14 Jahren die Entscheidung getroffen habe, zu heiraten und die wunderschönste Frau der Welt vor den Traualtar zu führen, wusste ich gar nicht, was für eine Tragweite diese Entscheidung mit sich bringen würde. Aber ich habe mich entschieden, sie zu heiraten. Ich habe sie erwählt und sie hat mich erwählt. Und diese gemeinsame Erwählung sollte immer das Fundament für gesunde Beziehungen sein. Und wenn du auch deine Beziehung aufblühen sehen möchtest, dann lege ich dir das wirklich von Herzen nahe. Lebe diese Grundlage dieser Erwählung, dass du sagst, ich wähle dich. Und ich wünsche dir, dass dein Partner oder dein Freund, wer auch immer dies erwidert und sagt, ich wähle dich. Denn wenn ich jemanden erwähle und sage, ich will eine Beziehung mit dir, dann wende ich automatisch mein Herz dieser Person zu. Also das heißt, Erwählung drückt sich immer auch in Hingabe aus. Und weil Gott dich erwählt hat, hat er sich auch dazu entschieden, dir gegenüber in Hingabe zu leben. Sogar bis zum Tod. Und das lesen wir hier in Römer Kapitel 5, die Verse 5 bis 8. Und dort heißt es, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Dieser Vers erklärt dir, dass Jesus dich erwählte. Er entschied sich, seine Erwählung für dich nicht davon abhängig zu machen, wie du dich in deiner Vergangenheit verhalten hast. Deine Vergangenheit, und das weißt du besser als ich, ich kenne meine Vergangenheit, die war schmutzig, die war unschön. Und dennoch hat diese Vergangenheit Gott nicht davon abgehalten, auf diese Erde zu kommen und dich zu erwählen und dich zu lieben und sein Leben hinzugeben bis zu dem Tod. Das heißt, Weihnachten ist doch eigentlich der Geburtsort der bedingungslosen Liebe Gottes für dich. Und egal wie unbedeutend dieser Stall erscheint, in dem Jesus geboren wurde, wenn du die Erwählung Gottes erwidern kannst und ihn erwählst, dann schaffst du eine Grundlage für ein Leben mit Gott. Und das ist, worum es bei Weihnachten geht. Und diese Einladung steht jedes Jahr neu auch für dich da, dass du sagst, wow, du hast mich nicht aufgegeben, du hast diese Welt nicht aufgegeben und du hast dich entschieden und hast gesagt, ich erwähle den Menschen, ich erwähle die Menschheit. Und diese Einladung auf diese Erwählung zu erwidern und zu sagen, Gott, ich wähle dich. Das ist, was wir an Weihnachten feiern. Ich hatte schon erwähnt, dass ich an dem Tag, als ich meine Frau erwählte, dass ich nicht um die Tragweite dieser Entscheidung wusste. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Ehe kann wunderschön sein, wirklich wunderschön, aber Ehe kann auch richtig hässlich werden. Und es hängt einfach davon ab, je nachdem, wie sich beide Partner täglich entscheiden, werden sie entweder die Schönheit des Himmels oder aber die Hässlichkeit der Hölle in ihrer Beziehung entfesseln. Schönheit oder Hässlichkeit. Und das gilt natürlich für jede andere Beziehung. Ich habe jetzt mal hier meine Ehe als Beispiel gewählt. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in guten Zeiten bereuen wir es nicht, dass wir uns für einen Menschen entschieden haben. Wir bereuen auch nicht, dass wir uns für einen bestimmten Job entschieden haben, eben für das Leben, das wir heute führen. Aber wenn die Zeiten tough werden, wenn sie herausfordernd sind, das ist der Moment, wo wir unsere Entscheidungen nochmal überdenken. Aber es ist meine täglich anhaltende Entscheidung für mein Leben, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Freunde, die darüber entscheidet, wie der Tag wird. Und ich möchte, dass sich die Schönheit des Himmels in meinem Leben entfaltet. Und manchen Beziehungen, glaube ich, würde es einfach gut tun, wenn du dir dies in Erinnerung rufst. Warte mal, ich habe dich erwählt. Ich habe diese Beziehung erwählt. Ich habe mich dazu entschieden. Und deswegen habe ich auch die Macht, diese Beziehung bewusst zu beeinflussen. Und das würde dich nämlich befähigen, Gnade mit Menschen zu haben. Es würde dich befähigen, Menschen zu verzeihen, wenn andere dich enttäuschen. Du könntest segnende Worte sprechen, wenn dein Gegenüber sie am wenigsten verdient hätte. Und weil Jesus genau diese Form von Liebe mit seinen Mitmenschen lebte, folgten Menschen ihm nach. Sie nannten ihn liebevoll, Rabbi, mein Lehrer, mein Meister. Und die Bezeichnung Rabbi hat natürlich einen hebräischen Ursprung. Und das Wort Rabbi kommt unter anderem von dem hebräischen Wort Rab. Und das bedeutet folgendes, reichlich vorhanden zu sein, außerordentlich voll, großartig, mächtig und genügend. Es bedeutet aber auch zu multiplizieren, zunehmen und wachsen. Und Menschen, die Jesus folgten, taten dies, weil aus seinem Leben die Fülle des Himmels floss. Fülle von Gutem berührte ihr Leben. Und sie wollten von ihm unterwiesen werden. Und so unterstellten sie sich ihm. Sie folgten ihm. Sie erwählten ihn, so wie er sie erwählt hatte. Und das führt uns doch wieder genau zu diesem Lebensprinzip, was ich am Anfang meiner Predigt mit euch geteilt habe. Wem oder was auch immer du dich unterstellst, dem gibst du Macht über dein Leben, dich zu beeinflussen. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, wen oder was erwählst du? Die Welt scheint mir einfach zu beschäftigt gewesen zu sein, als dass sie mitbekommen hat, was in diesem scheinbar unbedeutenden Stall vor über 2000 Jahren passiert ist. Die Welt hat nicht mitbekommen, dass ihr Retter dort geboren wurde. Und es bedurfte der Engel, die laut sangen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Lasst uns dieses Weihnachten nicht zu beschäftigt sein, sondern einfach mal einander erwählen. Lasst uns nicht vergessen, warum wir Weihnachten feiern. Er kam zu uns auf diese Erde, weil er uns erwählte. Lasst uns ihm zurufen, ich wähle dich, Jesus. Und weil ich dich erwähle, schenke ich dir mein Herz und meine Zeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns durch Weihnachten nochmal in Erinnerung rufst, wie sehr du uns liebst und dass du uns erwählt hast, obwohl wir noch Sünder waren. Und dass du nicht auf unsere Performance geschaut hast, auf unsere Vergangenheit, auf die Fehler, die wir vielleicht machen können, sondern dass du uns eingeladen hast. Eingeladen in eine Beziehung mit dem Schöpfer dieser Welt. Und Jesus, wir wollen antworten auf diese Einladung und uns in Erinnerung rufen, das ist, worum es bei Weihnachten geht. Du hast uns erwählt. Du hast diese machtvolle Entscheidung getroffen und hast gesagt, ich erlaube nicht, dass die Beziehung zwischen mir und den Menschen durch die Sünde beeinflusst wird. Nein, ich schaffe einen Weg, dass die Menschen zu mir kommen können. Amen. Ich wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen dritten Adventssonntag und genau, wir freuen uns, dass du hier zugesehen hast. Und in dem Rahmen möchte ich dir vielleicht schon mal ans Herz legen. Wir werden dieses Jahr Weihnachten einen ganz besonderen Online-Gottesdienst haben. Da wird es eine Live-Schaltung hier auf YouTube geben, am 24.12. um 15 Uhr. Vielleicht möchtest du dir diesen Heiligabend-Gottesdienst nicht entgehen lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.